VOD ist wieder unterwegs. Bin jetzt auf dem Weg in die Halle. Wir spielen heute EuroLeague gegen Malaga. Ganz großes, ganz wichtiges Spiel zu Hause um den zweiten Platz zu festigen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl und ich werde jetzt mal vor dem Spiel versuchen ein paar kurze Aufnahmen zu machen. Ich möchte natürlich meine Mannschaftskollegen nicht stören bei der Konzentration. Wieso leuchtet mein Gesicht so rot wegen der Ampel. Ja, dann bis gleich. VOD. Jetzt ist mein Gesicht grün wegen der grünen Ampel. Und läuft. VOD ist die beste Serie. VOD. Sagen Sie einfach VOD. VOD. Jawohl. Was heißt das jetzt? VOD. Küsst? Jawohl. VOD. Weltbekannt. Alle Leute kennen VOD. Das sind die neuen Malcolm Spacey Space Jam. Hier auf diese Leberwand kommen dann die Zaubersprüche, die wir fürs Spiel brauchen. vier look das auch schon. Im Moment. Winner Circle. Winner Circle.jau mal. VOD. Fauhote. There we go. Big one baby, big one. Fuck dill. Bo-bo-lohla, bo-bo-lohla. Bu-lohla. Gut job Malcolm. Gustav, du bist der Winter Shoes. Spacey, baby, spacey. Es ist Paci.